Das soll die schönste Moschee der Welt sein. Sie nennt sich Scheich Said Moschee und liegt in Abu Dhabi. Vorher haben wir uns natürlich noch traditionelle Klamotten besorgt. Das war uns sehr wichtig, da wir heute Gast in diesem wundervollen Ort waren und diesen Respekt entgegenbringen wollen. Wir haben direkt gemerkt, dass das ein heiliger Ort ist und fand die Atmosphäre echt magisch. Markiere jemanden, mit dem du eine Moschee besuchen möchtest. Alhamdulillah.